Und da ist schon wieder eine Woche rum und damit hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung hier bei BLK TV am Freitagabend. Wir kommen zum ersten Thema. Am 17. September fand die symbolische Schlüsselübergabe durch den Oberbürgermeister der Stadt Zeitz Christian Thieme an den Landrat des Burgenlandkreises Götz-Ulrich für die Büroräume der Stabstelle Strukturwandel statt. Letzte Woche wurde nun auch der neue Leiter der Stabstelle im Landratsamt vorgestellt. Unser Thema ist heute, zusammen mit dem Strukturwandel, dass ich Ihnen gerne Herrn Schuckel, Herrn André Tschuckel, vorstellen möchte. Wir wissen vielleicht, dass die Strukturen bei uns so sind, dass wir ja vor etwa zwei Wochen im Bahnhof in Zeitz die Stabstelle Strukturwandel eröffnet haben, die sich jetzt auch personell in den nächsten Monaten noch weiter aufbauen wird. Und dass die Stabstelle Strukturwandel noch eine dauerhafte Leitung benötigt, einen Leiter benötigt. Und als solchen Leiter wird Herr André Tschuckel fungieren. Der Kreistag hat ihn bereits bestätigt in dieser Aufgabe. Wir haben ja einerseits die Stabstelle Strukturwandel, die eben die Arbeit, ich habe es vorhin erwähnt, im Bahnhof in Zeitz aufgenommen hat. Und parallel dazu entsteht gerade eine Strukturentwicklungs- und Wirtschaftsfördergesellschaft. Mit der wird sich der Kreistag dann im November, Dezember, also die Ausschüsse im November, der Kreistag dann im Dezember befassen. Es gibt aber Absprachen, die darauf hindeuten, dass das eine breite Unterstützung finden wird. Ich habe ja auch im letzten Ausschuss für Strukturwandel schon sehr ausführlich über die Errichtung der Gesellschaft und den Gesellschaftervertrag berichtet. Das ist da auf die Zustimmung gestoßen. Diese Gesellschaft, die ebenfalls ihren Sitz im Zeitz, im Bahnhof, also in diesem Büro haben wird, wird Anfang des nächsten Jahres immer unter der Maßgabe, dass der Kreistag das im Dezember dann abschließend beschließt und zustimmt, dann errichtet werden. Und es wird quasi eine Personalunion geben zwischen der Leitung der Stabstelle Strukturwandel und der Geschäftsführung dieser Gesellschaft. Die Gesellschaft wird dann schrittweise einen Personalaufbau haben, der aber jetzt noch nicht in Größenordnung stattfindet. Das muss in Einzelnen noch zwischen uns dann abgestimmt werden, wann dort auch sozusagen klassische Aufgaben Aufgaben der Ansiedlung, des Ansiedlungsmanagements und der Bestandspflege von Unternehmen stattfinden. Im Moment stehen natürlich erstmal die Aufgaben, die der Strukturwandel mit sich bringt, im Vordergrund. Und die Gesellschaft wird dann schrittweise auch aus der Startstelle noch Aufgaben übernehmen. Das hängt aber auch sehr viel an Förderkulissen und einem Bundesprogramm. Das will ich jetzt gar nicht im Einzelnen erklären. Am Ende ist das Ziel, dass dann also die Gesellschaft einmal, vielleicht bis hin zum Jahr 2025 wird der Prozess ungefähr dauern, dann die klassischen Aufgaben der Wirtschaftsförderung und die Aufgaben des Strukturwandels dann im Wesentlichen übernimmt. Ja, Herr Zschuckert, also Sie sind der neue Mann auf dem Posten, dann ab Ende des Jahres. Wann genau ist erster Arbeitszeit? Der 10.12. ist erster Arbeitszeit. Vielleicht können Sie sich noch mal ganz kurz selbst vorstellen. Ja, mein Name ist André Zschuckert. Ich bin 37 Jahre alt, bin in Weißenfels geboren, bin hier im Landkreis, im Burgenlandkreis, aufgewachsen, zur Schule gegangen. Und bin jetzt wohnhaft in Gröbitz, das ist ein Urteil von Teuchern, lebe mit meiner Partnerin dort, haben dort ein Haus gebaut und jetzt vor sechs Monaten unser erstes Kind bekommen. Sie haben ja eine besondere Beziehung zur Region, nicht nur durch die Herkunft, sondern Sie haben die Geschichte Ihres Urgroßvaters erzählt. Vielleicht können Sie es noch mal uns erzählen. Ich habe das vorhin schon gesagt, Strukturwandel ist ja, wenn man mal in die Zukunft blickt, wahrscheinlich das Thema hier im Burgenlandkreis. Deshalb Ihre Stelle auch von enormer Bedeutung. Wie groß schätzen Sie selbst die Herausforderung ein, diese Aufgabe? Also wie Sie schon sagen, das ist natürlich eine ganz spannende, herausfordernde Aufgabe, wo viel Gestaltungsmöglichkeiten, Gestaltungsspielräume auch sind für den Burgenlandkreis. Und ich bin der Meinung, dass es halt schon darüber entscheidet, wie auch die Entwicklung eben im Burgenlandkreis die nächsten Jahre sich ausgestaltet werden kann. Wie es uns gelingt, den Strukturwandel zu bewerkstelligen, den Kohleausstieg, gerade in der Zeitsachregion auch zu bewerkstelligen, um an sich neue Arbeitsverhältnisse, industrielle Ansiedlungen hier zu bewerkstelligen. Aber der Strukturwandel ist natürlich noch viel mehr als das, was ja schon enorm viel sein kann. Es geht am Ende des Tages auch um Lebensbedingungen hier im Burgenlandkreis. Und so ist es auch angedacht, dass es halt auch um die Mobilitätslösung geht, wo es auch um Digitalisierung geht, wo es um die touristische Vermarktung geht. Also ein ganz breites Feld der Strukturwandel, wie wir ihn begreifen. Dieses Thema Arbeitsplätze haben Sie angesprochen. Sie kommen aus der Industrie, haben da viele Erfahrungen gesammelt. Wie wollen Sie es schaffen, neue Arbeitsplätze hierher zu? Ja, wie auch schon ausgeführt wurde vom Landrat, wir haben da diverse Aktivitäten schon entwickelt, was zum Beispiel die Erschließung von neuen Gewerbegebieten oder Flächen an der Stelle eben angeht, wo man ein Angebot schafft für Unternehmen, die auf der Suche sind, sich hier im Burgenlandkreis eben anzusiedeln. Ein ganz wichtiger Punkt, den ich hier aber auch sehe, ist die bestehende Industrie, die bestehenden Unternehmen, das Handwerk mitzunehmen, anzusprechen. Also nicht nur neue Unternehmen, sondern auch die bestehenden Unternehmen zu unterstützen, die Herausforderungen, die da vor uns liegen, zu bewerkstelligen, um Arbeitsplätze zu erhalten und möglichst gute Arbeitsplätze mit Wertschöpfung hier anzusiedeln. Sie haben in Ihrem früheren Berufsleben im Bereich Automobilindustrie, Pharma- und Solarindustrie gearbeitet. Sind das auch Bereiche, die hier in Frage kommen könnten? Haben Sie da noch, wie eng sind da noch die Kontakte? Das sind auf alle Fälle Industrien oder Branchen, die sehr interessant sind, wo Wertschöpfungsketten da sind, wo Wertschöpfung da ist, wo es um Innovationen geht. Möglicherweise kann sich daraus was entwickeln. Gerade im Bereich der erneuerbaren Energien geht es ja viel um Solar, um Windkraft, aber auch um Speichermedien bis hin zum Wasserstoff oder Batterien, um Zellproduktion und so weiter. Also denkbar ist das grundsätzlich schon, hier ein Angebot zu schaffen, wo dann auch Arbeitsplätze entstehen können. Die Stabsstelle ist jetzt schon seit zwei Wochen in Betrieb in Zeitz. Wann ist so ein Zeitpunkt, wo auch die Menschen merken, aha, da ist was, da bewegt sich was? Ich meine, vieles ist noch theoretisch, klar, vieles muss geplant werden, vieles passiert auf dem Papier. Aber kann man das irgendwie voraussagen? Also ich glaube, das ist ein Prozess ein Stück weit. Und tatsächlich tut man auch gut daran, darüber zu sprechen, was man hier schon alles bewerkstelligt und tut. Wir sind momentan noch mit dem Umzug und dem Personal, was wir rekrutieren, in der Findungsphase jetzt das Team auch zu kompletieren. Die einzelnen Handlungsstränge auch aufzunehmen, auch mit den bestehenden Mitarbeitern aus der Verwaltung, um dann Ende des Jahres bzw. im nächsten Halbjahr dann auch noch sichtbarer zu werden, um eigene Aktivitäten auch abzuleiten und zu entwickeln, die dann auch öffentlichkeitswirksam zum Vorschein treten. Das ist der Abwächs-Mode. Beste Musik, beste Musik. Saalewelle, völlig glücklich. 80er Kult-Hit, die besten 90er, 2000er und das Beste von heute. Radio Saalewelle. Das ist deine Musik. Hör dich glücklich. Hör dich glücklich. Radio Saalewelle. Glücklich, glücklich. Moin Großer, alles Gute zum 18. Sei nicht traurig. Freu dich auf deine Freiheit. Ab heute stressfrei wohnen bei der WVW. Kennen Sie den Enkeltrick? Oder wollen Sie wissen, ob man Gartenabfälle jetzt verbrennen darf? Antworten auf diese Fragen und weitere Informationen, die gibt es jetzt im Nachrichtenblog. Sperrung dauert länger. Die Arbeiten an der Weißenfelser Pfennigbrücke dauern etwa drei Wochen länger. Die Brücke bleibt somit voraussichtlich bis Mitte November für Fußgänger und Radfahrer geschlossen. Grund für die Bauverzögerung ist die anhaltende Nässe. Aufgrund der vielen Regentage konnte in den vergangenen Wochen die Beschichtung des Bodens und der Geländer nicht im geplanten Tempo aufgebracht werden. Für diese wird ein trockener Untergrund benötigt, da sich sonst Blasen bilden. Zudem gab es auf der Baustelle eine böse Überraschung. Mehr als 1000 Schrauben, die sich am Unterbau der Brücke befinden, sind verrostet. Der Missstand fiel erst während der Arbeiten auf, weil die Schrauben mit Farbe übermalt waren. Da sich die Schrauben nicht mehr drehen lassen, müssen diese nun einzeln herausgeschnitten werden. Zuletzt wurde die Pfennigbrücke im Sommer 1997 saniert. Die jetzige Sanierung ist zwingend notwendig, da die Pfennigbrücke während des Neubaus der großen Saalebrücke im Jahr 2023 die einzige Umleitung für Fußgänger und Radfahrer sein wird und sich dementsprechend in einem guten baulichen Zustand befinden muss. Achtung, Betrüger unterwegs. Mit dem sogenannten Enkeltrick versuchen Betrüger auf immer dreistere Weise, an das Geld besonders von älteren Menschen zu gelangen. Am Dienstag wurde erneut ein Senior aus Weißenfels um einen hohen Geldbetrag gebracht. Den Geschädigten rief ein Mann an, der sich als dessen Enkel ausgab. Er gab vor, in Berlin in einen Verkehrsunfall verwickelt zu sein und nun eine Kaution zahlen zu müssen. Kurze Zeit später meldete sich telefonisch eine Frau, die den Sachverhalt bestätigte, um den Schwindel noch glaubhafter wirken zu lassen. Sie teilte dem 84-jährigen Mann mit, dass es beim Unfall auch zu Personenschäden gekommen sei und somit eine Zahlungsforderung von 30.000 Euro im Raum stehen würde. Es wurde ein Übergabeort an einer nahegelegenen Apotheke vereinbart. Nachdem der geschädigte Bargeld abgehoben hatte, übergab er einen Betrag an eine südländische Person, die nicht weiter beschrieben werden konnte. Trotz häufiger Warnungen in unterschiedlichen Medien und präventiver Veranstaltungen gelingen solche Betrugsmaschen noch viel zu oft, da die Zielgruppe schwer zu erreichen ist. Deswegen möchte die Polizei auch Angehörige sensibilisieren, mit älteren Familienmitgliedern über diverse Betrugsmaschen zu sprechen und aufzuklären. Auf den Internetseiten der Polizei finden Sie dazu auch weitere Informationen. Verbrennen teilweise erlaubt. Das Umweltamt des Burgenlandkreises informiert, dass es seit dem 1. Oktober in Teilen des Kreises wieder erlaubt ist, pflanzliche Gartenabfälle auf dem eigenen Grundstück zu verbrennen. Dabei sind sowohl die Verbrennungsverordnung des Burgenlandkreises als auch der Brandschutz und die Wetterlage zu beachten. Die pflanzlichen Gartenabfälle dürfen jeweils montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr verbrannt werden. Eine Verbrennung an Sonntagen sowie an gesetzlichen Feiertagen ist dagegen nicht zulässig. Die Verbrennung sollte nur gewählt werden, wenn alle anderen Entsorgungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind. Wer dennoch verbrennt, sollte die Gartenabfälle grundsätzlich vorher komplett umschichten, um Kleinstlebewesen wie zum Beispiel Igel, Mäuse, Vögel und Insekten zu vertreiben. Laub wird entsorgt. Ab 11. Oktober fährt die Weisenfelser Stadtwirtschaft wieder Laubtouren. Die Routen können unter weisenfels.de in den Menüpunkten Bürgerservice, Bekanntmachungen, Auslegungen eingesehen werden. Mit der Laubentsorgung unterstützt die Stadt Weisenfels Bürgerinnen und Bürger, die Anlieger an Straßen mit städtischem Baumbestand sind. Die Entsorgung des Laubes erfolgt von Montag bis Freitag. An Feiertagen erfolgt die Abholung nicht, wird aber in den Folgetagen schnellstmöglich nachgeholt. Ja und jetzt raucht es wieder überall und in unseren Kurzmeldungen hatten wir es ja schon erwähnt. Seit dem 1. Oktober kann man wieder Gartenabfälle verbrennen. Was man allerdings dabei beachten muss und soll, das haben wir für Sie zusammengestellt im folgenden Beitrag. Auf dem selbstgenutzten Grundstück dürfen pflanzliche Gartenabfälle unter Beachtung des Brandschutzes und der Wetterlage verbrannt werden. Beim Verbrennen sollte man ausschließlich trockene pflanzliche Abfälle benutzen, also kein Laub, kein nasses Holz. Man sollte unbedingt die Witterungsverhältnisse einplanen. Man sollte nicht bei Regen, bei Wind, bei Sturm verbrennen. Das ist sehr wichtig. Bevor man jedoch das Streichholz an den aufgeschichteten Haufen legt, sollte man sich vergewissern, dass keine Tiere ihren Schlafplatz dort gefunden haben. Gerade Ige suchen sich solche Plätze. Die Tiere haben sich meist in aufgeschichteten Haufen ihren Platz gesucht. Hier bitte ich vorrangig, die Haufen umzuschichten. Das ist vorrangig ganz wichtig, die Tiere zu verkrämen, also zu rütteln an den Haufen, sie im Zweifel wach zu machen, damit wir hier das Tierwohl schützen von den kleinen Tieren, die sich dort Unterschlupf gesucht haben. Nicht immer ist das Verbrennen die beste Lösung. Belastet dies doch erheblich die Umwelt und auch ihre Nachbarn. Wir sind natürlich hier immer bestrebt zu sagen, erstmal sollte das Material kompostiert werden. Vor einer Verwertung durch Verbrennung sollte man Eigenkompostierung durchführen oder natürlich die Annahmestellen der Abfallwirtschaft benutzen, um dort das Material abzugeben. Das ist natürlich, das ist überall so, dass natürlich Grundstücke nicht ausreichen, um das auf den Grundstücken zu verwerten. Da ist natürlich zunächst erstmal unsere Biotonne. Ja, jedes Grundstück hat ja fast in unserem Landkreis eine Biotonne. Dort kann man natürlich den Assschnitt oder auch den Grünschnitt, also Rasenschnitt, reinbringen. Und die wird ja alle 14 Tage abgeholt. Das ist eine Alternative. Es gibt dann natürlich auch noch weitere Alternativen. Wer noch mehr hat, kann das zu unseren Plätzen bringen. Wir haben drei Wertstoffhöfe. Wir haben hier das Kompostwerk. Wir haben einen Kompostplatz in Hohenmölzen oder auch in Nismar. Und dann insgesamt noch elf verschiedene Grün- und Assschnittsannahmeplätze. Die haben bestimmte Öffnungszeiten. Die sind während der Saison geöffnet. Meistens mindestens zweimal in der Woche. Und dort kann man das Material kostenfrei bis ein Kubikmeter hinbringen. Allerdings nur für die Bürger, die auch im Landkreis wohnen. Was ist nun der Unterschied zwischen Ast und Grünschnitt? Ja, Assschnitt ist das schon, was letztendlich von Bäumen mindestens fingerstark, sag ich mal, entsteht. Und natürlich dann eben verwertet werden muss. Und Grünschnitt, Grünschnitt ist natürlich Laub, ist Rasenschnitt. Also schon wesentlich feineres Material, was dann natürlich Richtung Kompostierung wir verarbeiten. Und den Assschnitt, den schreddern wir, den sieben wir nochmal ab. Und die Chrombestandteile gehen dann in Biomassekraftwerke, werden also dort zur Energie verheizt. Eine Abgabe bei den Annahmestellen hat auch noch einen großen Vorteil. Hier kann der Kleingärtner auch gleich fertigen Dünger wieder mitnehmen. Das ist möglich. Jeder Bürger, der hier, wie gesagt, natürlich dann Graschnitt oder Asschnitt hierher bringt, kann natürlich auch Kompost mitnehmen. Das ist in gewisser Hinsicht eine kleine Gebühr, die er bezahlen muss. Aber lohnt sich sehr, denn dieser Kompost ist gütequalifiziert. Das heißt, er hat sehr hohen Wert, nicht nur Nährstoffwert, sondern auch als Bodenverbesserer und kann damit, sag ich mal, den Gemüsebauern, den Kleingärtnern wirklich helfen, seine Erträge zu stabilisieren. Natürlich gehört auf das Feuer im Garten oder Grundstück nur das abgeschnittene Material der Bäume und Sträucher. Es ist also grundsätzlich verboten, anderen Unrat, anderen Abfall, sprich also Plastik, Reifen etc. auf das Feuer zu werfen. Wir bitten hier ausschließlich darum, bedacht mit den Feuerstellen umzugehen. Auch hier werden Kollegen, Mitarbeiter des Umweltamtes auch an den Wochenenden Kontrollen durchführen, dass die Feuerstelle ausschließlich mit trockenen pflanzlichen Abfällen verwendet wird. Also hier bitte ich jeglichen anderen Unrat, nicht auf das Feuer zu werfen. Hier werden Ordnungswidrigkeitsverfahren durchgeführt, hier werden Ordnungswidrigkeiten geahndet. Die Verursacher bzw. die Bürger, die gegen die Vorschriften der Verbrennungsverordnung verstoßen, bekommen ein Ordnungswidrigkeitsgeld aufgelegt bzw. Verwarngeld ausgesprochen. So romantisch ein Feuer auch sein kann, schützen Sie die Umwelt, vermeiden Sie Ärger mit Ihren Nachbarn und nutzen Sie die bekannten Annahmestellen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Rekomöbel Machen auch Sie Schluss mit lästigem Prospektewälzen. Im E-Center Hinze bekommen Sie immer alles frisch, günstig und von vielen regionalen Erzeugern, wie zum Beispiel Obst und Gemüse, Lebensmittel, Freiburger Weine und Naumburger Bier. Entscheiden auch Sie sich bewusst fürs Einkaufen und genießen in Ihrer Heimat. Wir lieben Lebensmittel und freuen uns auf Ihren Besuch, Ihr E-Center Hinze in Naumburg. Und jetzt wird es sportlich? Fußball, Handball, Florball, Basketball oder Kegeln. Die Auswahl an Sportveranstaltungen am Wochenende ist ja wieder sehr groß. Wer wann und wo und gegen wen spielt, das sagen wir Ihnen jetzt in unseren Spielansetzungen fürs Wochenende. In der Verbandsliga Süd reist die Mannschaft vom SSC Weißenfels zum SV Kälbera. Anpfiff ist um 14 Uhr. In der Landesklasse 9 kommt es zur Begegnung SV Spora gegen die Elf vom 1. FC Zeitz. Und Wacker Wengelsdorf begrüßt die Mannschaft vom SV Burgwerben. Los geht es jeweils am Samstag um 15 Uhr. Kommen wir zum Handball. In der Sachsen-Anhalt-Liga reist am Samstag die zweite Mannschaft vom HC Burgenland zum HSV Haldensleben. Die SG Spergau begrüßt auf heimischem Parkett das Team vom HV Stassfurt. In der Handball-Oberliga empfangen die Damen vom HC Burgenland am Samstag das Team vom SV Aufbau Altenburg. Los geht es um 15 Uhr in der Sporthalle Brittitz. Und in der Verbandsliga geht es für den WHV zum SV Anhalt-Bernburg. In der Volleyball-Landesoberliga treffen die Damen vom SV Motor Zeitz am Samstag in Magdeburg auf das Team von Medizin Magdeburg und auf die zweite Mannschaft vom USV Halle. In der Floorball-Bundesliga empfangen die Damen vom OHC am Sonntag die Mannschaft der Dümmtener Füchse. Das Spiel beginnt um 14 Uhr in der Weißen Pfälzer Westsporthalle. Und für die Herren vom UHC geht es bereits am Samstag zum MFBC Leipzig-Grimmagen. Beginn ist um 18.30 Uhr. Der Synthenics-MBC empfängt am Sonntag auf heimischem Parkett die Mannschaft von Haku Merlins-Kreisheim. Anpfiff ist um 15 Uhr. Kommen wir jetzt zum Kegeln. In der zweiten Bundesliga und dem fünften Spieltag sind die Geisertage zu Gast bei Semper ADW Berlin. Hier rollt die Kugel ab 14 Uhr. Und in der Landesliga Staffel 2 kommt es zur Begegnung SV Geisertal-Mücheln gegen Aufbau Eisleben. Und für die Fortun geht es zum SV Merseburg. Hier rollt die Kugel jeweils ab 15 Uhr. Wir bleiben beim Sport und gehen jetzt zu sieben Meter dem offiziellen Magazin der Liqui Moly Handball-Bundesliga. Das ist zurück aus der Sommerpause und startet nun mit frischem Wind in die neue Handball-Saison 2021-2022. Wie gewohnt versorgen wir euch mit spannenden Hintergrundberichten aus der stärksten Liga der Welt. Sieben Meter startet in die Saison 2021-2022. Und das mit dem Trainer des Rekordaufsteigers. Der Tosain Lübeck ist zurück in der Liqui Moly HBL und Coach Emil Kurtagic stellt seine Traum-Sieben auf. Ja, ich bin Emil Kurtagic, Trainer von Tosain Lübeck im dritten Jahr. Wir haben letztes Jahr den Aufstieg gefeiert und sind jetzt aktuell in der ersten Liga unterwegs. Und ja, heute stelle ich meine Traum-Sieben vor. Für die Torwartposition konnte ich mich schwer zwischen zwei Spielern entscheiden oder zwei Torhütern entscheiden. Einmal Thierry Maier, der sicherlich auch diese Ehre meiner Zeit, seitdem ich mich auch mit Handball beschäftige, so geprägt hat. Aber ich habe mich für Henning Fritz entschieden, weil er für mich einfach eine Persönlichkeit ist, der das Torwartspiel in Deutschland auf ein höheres Niveau gebracht hat. Dazu die zahlreichen Titel, ich glaube Höhepunkt mit WM 2007, wo er einfach sensationell war. Und ich glaube auch wirklich einen großen Einfluss auf das Torwartspiel in der neuen Zeit gehabt hat. Ich würde auch da bei Stefan Kretschmer bleiben. Weil, ähnlich wie ich das auch vorhin mit Henning Fritz gesagt habe, finde ich, dass er auch extrem viel für unsere Sportart getan hat. Also ich kann mich erinnern, dass ich 1995 nach Gummersbach gezogen bin. Und da war er noch, also war schon ein Star, aber in Gummersbach vielleicht noch ein Sternchen, sagen wir es mal so. Aber auf jeden Fall jemand, zu dem man als Jugendlicher auch aufgeschaut hat. Und ich glaube auch die Entwicklung, wie früh er unsere Sportart halt eben auch medial nach vorne gepusht hat. Neben natürlich auch seinen sportlichen Leistungen, finde ich, dass er das verdient, dann auf diese Position genannt zu werden. Eigentlich wollte ich keinen aktiven Spieler, sowieso aus der Bundesliga auch nicht nennen. Aber ich werde trotzdem einen aktiven Spieler nennen in dieser Sieben und das ist Nikola Karabatic. Ich habe es nicht nachgeschaut. Ich weiß, dass er, glaube ich, 65 Titel gesammelt hat. Und das ist schon rekordverdächtig. Für mich ist das halt wirklich eine Persönlichkeit, die mit Leidenschaft, Einsatz, schonungslos in jeder Aktion, bei egal welchem Spielstand, egal gegen welchen Gegner im Spiel immer alles gegeben hat. Und ich glaube, deswegen ist er für mich auf der Königsposition auch ganz klar die Nummer eins. Ich würde ein bisschen weiter zurückgehen und auch einen ehemaligen Lübecker oder Nettelstädter erwähnen. Das ist der Landtusche Bayer. Ich glaube, dass er so in der neuen Zeit des Handballs die größte Veränderung in unserem Sportart auch gebracht hat. Sowohl physisch als auch technisch, taktisch. Und es war einfach ein Wahnsinnsspieler. Ich habe vorhin 1995 erwähnt mit Kretschmer. Da ist ein Nicht-Europäer nach Kummerspark gekommen, der damals von der WM 1995 direkt nach Kummerspark gekommen ist. Ich hatte das Glück, ein Jahr mit ihm auch trainieren zu können und ihn auch live zu erleben. Für mich ist das ein Phänomen. Er konnte in jeder Situation, wo er wollte, ein Tor erzielen oder etwas machen. Und das ist mit seiner Größe einfach und mit seiner Beweglichkeit, das ist ein Ausnahmespieler auf der Position. Jemand, den ich gerne in meiner Sieben hätte und dazu ist auch ein guter Freund von mir. Von daher ist dieser Platz für ihn reserviert. Ich merke, ich bin viel in meiner Jugend oder Erwachsenwerdenzeit. Also gehe ich jetzt ein bisschen in meine Kindheit zurück und werde da Irfan Smailagic nennen, kroatischen Nationalspieler auf rechts außen. Ich kann mich an die ganz vielen Spiele erinnern, wo man einfach vor dem Fernsehen ihn bestaunen konnte. Und einfach das Erste, was man am Spiel gemacht hat, ist, den Ball zu nehmen und zu versuchen, nachzumachen, was er gerade im Spiel gezeigt hat. Und für mich ist er einfach ein Künstler, der gefühlt aus jedem Winkel Tor erzielen konnte. Und er hat auch eine, ja, schon extrem positive Erinnerung in meinem Kopf. Oder ich verbinde sehr viel Positives mit ihm und dieser Position. Ich werde auch zu dem Zeitpunkt mein Vorbild nennen, das ist Magnus Wieselander. Er hat sehr, sehr viele Jahre als Rückraummittelspieler agiert und die letzten Jahre am Kreis auch wieder unter Beweis gestellt, dass er einer der Besten ist, die unsere Sportart gespielt haben. Und ja, also wenn ich ihn schon als meinem Vorbild nenne, dann muss ich ihn natürlich auch in meinen Sieben aufnehmen. Weiter geht's mit Tipps für euer Training. Recke FG in Ipevnov hat vor allem für Kreisläufer ein paar Tricks im Gepäck. Ich heiße euch heute herzlich willkommen beim Masterclass. Janis und ich zeigen euch heute ein paar Fangübungen, die ich für mich am Kreis für sehr wichtig empfinde und ich an euch gerne weitergeben würde. Wir verstärken heute meine Griffkraft und die Kontrolle des Balles. Der Ball wird im Radius von meinen Armen zu mir gespielt und ich versuche ihn zu fangen und zu kontrollieren. Erste Steigerung von dieser Übung ist, dass man versucht, die Bälle mit dem peripheren Sehen wahrzunehmen. Sprich, man guckt den Gegenspieler an, beziehungsweise den Mitspieler, und versucht den Ball einfach nicht mehr zu fokussieren, sondern versucht es halt einfach im peripheren Blickwinkel zu fangen, den Ball. Sprich, man guckt den Janis an und fängt den Ball. Was der Mitspieler in der Situation machen kann, ist, den Ball über den Bodenpost zu spielen, denn das erschwert das zusätzlich. Um das alles nochmal, um eine Stufe zu erschweren, kann dein Gegenspieler, beziehungsweise der Mitspieler, einfach näher an dich ranrücken, bis zu diesem Punkt, wo du den Ball nicht mehr kontrollieren kannst. Und das ist im Endeffekt dieser Abstand, wo du weißt, okay, alles klar, bis dahin, und dann muss ich trainieren. Was wir jetzt noch tun können, ist natürlich so ein bisschen realitätsgetreu ins Spiel einzugreifen. Sprich, wenn ich mich seitlich positioniere und die 6-Meter-Linie links neben meinem Fuß habe und das Tor links neben mir habe, kann sich Janis jetzt vor mich setzen und wir trainieren praktisch dasselbe, mit derselben Einstufung vom Schwierigkeitsgrad. Nur kann er jetzt ungefähr einschätzen, wohin er mir den Ball spielen kann, so dass ich mich praktisch schon Richtung Tor orientieren kann, wenn der Ball kommt. Das Tolle an dieser Übung ist natürlich, dass sie sehr schnell aufgebaut ist. Man braucht nur zwei Stühle, ein paar Bälle und einen Partner. Ich hoffe, es hat euch gefallen und viel Spaß beim Üben. Er begeistert die Fans seit Jahren nicht nur mit seinen Paraden, sondern auch mit seiner unbekümmerten Art. Jetzt, auch bei unserem Hand aufs Harz, Löwentorhüter Michael Appelgren. Hallo Apfel! Hallo! Wie geht's dir? Mir geht's gut. Wie schlimm ist ein Jahr ohne Handballtraining? Sehr, sehr, sehr schlimm. Was ist eigentlich dein Lieblingstier? Ähm, Löwe. Weinst du, die Flamingos sind jetzt enttäuscht, weil du nicht sie genannt hast? Ja, aber das war so selbstverständlich. Das ist ja, ach, ja, Fehler gemacht. Aber T-Rex ist auch ein Tier, oder? Wie würdest du gucken, wenn dir jemand einen echten Flamingo zum Geburtstag schenkt? Ja, ich würde mich ein bisschen schlecht fühlen, weil ich muss ja auch den Flamingo eine Freiheit geben. Und ich weiß nicht, wie es überlebt hier in Deutschland. Und wie würdest du gucken, wenn du ihn bekommen würdest, aber er dir wieder weggenommen wird? Was ist dein Lieblingswort auf Deutsch? Schickschatz. Kann man so sagen, oder? Es ist schwierig auszusprechen, aber... Was ist deine Lieblingsfarbe? Ja, es ist eigentlich... Also, pink ist ja auch jetzt wie Flamingo, aber sonst blau. Was müsste man dir bieten, damit du dir deine Haare abschneidest? Gibt's nicht auf die Seite. Danke, Apfel. Danke. Das war's auch schon wieder mit 7 Meter. Die nächste Ausgabe gibt es am 20. Oktober. Ja, und das war's schon wieder. Freitagabend, das Wochenende steht vor der Tür. Wettergott hat gesagt, es soll ein schönes herbstliches Wochenende werden mit Sonnenschein. Also, freuen wir uns drauf. Wir erholen uns alle gut. Und falls Sie ein bisschen kränkeln, dann wünsche ich Ihnen jetzt schon mal gute Besserung. Also, machen Sie es gut. Bis zum nächsten Dienstagabend. Dann sind wir wieder hier mit aktuellen Meldungen und auch mit dem Sport vom Wochenende, wie gewohnt, hier bei Ihrem BLK-TV. Ein schönes Wochenende wünsche ich. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss und auf Wiedersehen.